Oh, Gott! Oh, sorry, das tut mir leid. Ja, da schicke ich dir wohl die Rechnung von der Reinigung. Hallo? Das wollen wir mal nicht übertreiben. Du hast mich angerempelt und ich habe mich sogar entschuldigt. Ja, aber davon wird mein Kleid auch nicht wieder sauber. Ich schicke dir auf jeden Fall die Rechnung von der Reinigung. Äh, und falls du damit ein Problem hast, überleg's dir gut. Mein Freund ist Anwalt. Aha, und mein Freund ist Richter. Der zerreißt deinen Anwalt in der Luft. Mein Cousin ist Journalist. Und der schreibt dann einen saftigen Artikel über deinen korrupten Richterfreund und dann verliert er ratzfatz seinen Job. Mir egal, meinem Vater gehört eine große Verlagsgruppe. Der kauft einen Cousin und lässt die Story verschwinden. Aber zufällig ist mein Bruder Blogger und er kennt einen von Wikileaks. Da kommt dann plötzlich trotzdem alles an die Öffentlichkeit. So? Ja. Und mein Bruder ist Auftragskiller. Der bringt deinen Bruder um. Und dich. Und deine ganze Familie. Wenn ich das will. Oh, also. Schon fast wieder trocken. Bleibt auch gar kein Fleck. Okay. Sorry, dass ich gerade so blöd bin. Sollen wir dir einen neuen Drink holen? Okay. Ja, ja. Du sag mal, und dein Bruder ist wirklich Auftragskiller? Weil mein Freund, der Anwalt, von dem ich dir gerade erzählt habe, der geht mir in letzter Zeit tisch auf die Nerven. Die Toilette, sondern. Also sagt man überhaupt Job, oder? Schatz, wir wieder zu Hause. Nee, ist klar, wieder zu Hause. Ja, ja, aber ich bin jetzt wieder zu Hause. So, so. Und wo warst du? Na, bei der Arbeit. Sicher, bei der Arbeit. Ja, wo denn sonst? Bei der Arbeit. Wahrscheinlich hast du den ganzen Tag hinterm Schreibtisch gesessen. Natürlich, wie immer. Ich habe den ganzen Tag im Versicherungsbüro hinterm Schreibtisch gesessen. Vielleicht zwischendurch einen Tesschen Kaffee. Äh. Äh. Ja, richtig. Zwischendurch habe ich auch einen Tesschen Kaffee getrunken. Woher weißt du das? Jetzt reicht es aber! Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Wieso? Aber ich... Und so eine blöde Geschichte, soll ich dir glauben? Also... Zum letzten Mal, wo warst du? Also gut. Ich... Ich... Ich war auf einem Piratenschiff. Mit einer wild gewordenen Bande einäugiger Seemänner. Aha. Und weiter? Wir waren auf der Suche nach dem Schatz von Vulgur. Und irgendwann waren wir dann auch da, in Vulgur. Aber da wurden wir von einer Horde Kobolde überfallen. Und zum Glück kamen dann diese geflügelten Pferde zur Hilfe. Und als wir dann mit den Pferden zurück aufs Schiff wollten, da hat ein Seeungeheuer unser Schiff versenkt. Und so bin ich dann irgendwie auf dieser einsamen Insel gelandet. Aber die war gar nicht so einsam. Da waren nämlich laute Schlangenmenschen mit zwei Köpfen. Und zum Glück habe ich dann diesen fliegenden Teppich gefunden. Und mit dem bin ich dann irgendwie wieder zurück. Unterwegs hat dann so ein verrückter Zauberer mir meinen zweiten Schuh gestohlen. Wie sah der Zauberer aus? 1,85 groß, langer weißer Bart und so ein Kniepen im linken Auge. Wusste ich's doch. Ehrlich, ich werde am längsten. Ja, ich war so frei. Schon Abendbrot gemacht. Wie war denn dein Tag? Ah, also bei mir war's richtig spannend. Wir haben heute in der Schadensregulierung ein neues Ablagesystem bekommen. Nein. Was ist? Was ist? Was ist wohl schon? Volker Jax ist jetzt mit Susanne Wolpers befreundet? Hä, was? Schön, dass man das inzwischen aus dem Internet erfährt. Karin, das ist doch nicht... Ach nein, in den vergangenen Tagen hast du ihr siebenmal an den Pinnwand geschrieben. Ihr hängt doch ständig zusammen. Hier, 9.23 Uhr. Susanne Wolpers mag den ersten Kaffee am Morgen am liebsten. Drei Leuten gefällt das. Und wer ist dabei? Natürlich Volker Jax. Karin, du... Volker, hör auf, ich fühl mich schon beschissen genug. Jetzt lüg mich nicht auch noch an. Karin. Volker, ich weiß, dass du Susanne Wolpers bereits vor vier Wochen angestupst hast. Äh, äh, äh... Scheiße. Scheiße. Volker, ich weiß alles. Ich weiß, dass ihr zusammen in der Mafia-Wars-Gruppe seid. Ich weiß, dass ihr zusammen bei Farmville seid. Und ich weiß, dass ihr beide der Gruppe Rettet das Wuppertaler Schauspielhaus beigetreten seid. Da bin ich schon wieder raus. Ihr habt euch gegenseitig bei meinem Birthday bestätigt und fast vor zwei Stunden ihre Smile-Anfrage bestätigt. Soll ich weitermachen, Volker Jax? Nein, brauchst du nicht. Karin, mir tut das leid. Ich... Oh, äh... Volker Jax? War auch schon mal besser drauf. Karin Lübcke gefällt das. Arschloch! Ja, schön, dass wir uns mal außerhalb des Chats von uns getroffen haben. Und der Abend ist ja noch jung. Oh, Glückskeks, oh, die Liebe hießt du auch? Hm. Ein wunderschöner Abend sollte mit dem Ende des Essens zu Ende gehen. Äh, was? Äh, was steht da wirklich drin? Mhm. Wenn's am schönsten ist, soll man weitermachen, sonst ist niemand mehr dabei, wenn's noch schöner wird. Wenn alle zeitig gehen, kann keiner zu früh kommen. Nichts ist kälter als ein Winter am Südpol, außer einer frigiden Frau. Nichts turnt eine Frau mehr ab, als ein eingebildeter Angeber ohne Tischmanieren. Hass sieht man an, dass er lange nicht mehr ordentlich flachgelegt wurde. Großer Mund hat kleinen Pimmel. Kleiner Pimmel ist besser als gar nichts, wenn man so frustriert ist, dass einen keiner mehr will. Entschuldigung, ähm, ich glaub, mit den Glückskeksen hier ist was nicht in Ordnung. Kleiner Pimmel ist besser als gar nichts, wenn man so frustriert ist, dass einen keiner mehr will. So ist auch schon Elton. Die Rechnung? Ja. Kai, das war eine ganz tolle Nummer. Glückwunsch, sehr lustig. Ich hab in dem Sketch-Joker gar nicht mitgespielt. Ja, und genau das hat der Nummer sehr gut getan. Mehr davon. Ach, mein Kai. Aber ich... Sag mal, worum betrocknest du dich da ab? Äh, mit einem Handtuch? Ja, das sehe ich. Aber mit was für einem Handtuch? Mit dem, was da hängt. Das Handtuch, das da hängt, ist das Waschbeckenhandtuch. Damit trocknet man sich die Hände und das Gesicht ab. Damit rubbelt man sich nicht den Arsch trocken. Wieso? Geht doch. Guck mal, hier. Trocken. Hier. Trocken. Und jetzt. Trocken. Und nachher soll ich mit dem Lappen, mit dem du dir durchs Gemächle und durch die Arschritze gefeudelt hast, das Gesicht sauber machen? Sag mal, geht's noch? Na ja, komm, so groß ist der Unterschied überhaupt nicht. Was war das? Nichts, ich... 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 ich muss dir wieder versprochen. Womit trocknet man sich den Hintern ab? Bis im Duschhandsuch. Und wo ist das? Das... das... das hängt über der Dusche. Und wenn ich... Dann hol ich dir Neues aus dem Schlafzimmer. Und zwar wann? Vor dem Duschstuhl wird der Teppich nicht nass werden. Na bitte. Du, ich nehme mal kurz deinen Nassrasierer für... ja? Wegen der Skandinskis kann ich die Gräfin gerne noch einmal für dich anrufen. Das wäre natürlich ganz reizend, meine Liebe. Wäre meine Sammlung noch dann komplett... Oder wir fliegen am Wochenende schnell nach London. Hi. Sarah, kommst du noch mal zu uns, bitte? Weißt du, wie spät es ist? Wenn ich der jungen Dame helfen darf. Es ist kurz vor zwei. Nachts. Vielleicht hat sie ja unsere kleine Abmachung vergessen. Magst du sie daran erinnern, Burkhard? Sehr gerne, Johanna. Sarah! Wir hatten doch folgende Abmachung getroffen. Du nimmst die Frühmaschine nach St. Petersburg, triffst dich mit dem Vorstand von Gazprom, tütest die Fusion ein, besprichst dich mit den Anwälten von Perjes Lavkov und bist spätestens um acht wieder zu Hause. Um acht! Jetzt ist es zwei. Aber ich habe den Europachef von Microsoft getroffen und... Und? Wir haben jetzt die Aktienmehrheit. Hm. Sag mal, kannst du denn überhaupt irgendetwas, Sarah? Für so einen Quatsch schlägst du dir die Nächte um die Ohren, obwohl du morgen ganz früh nach New York musst? Ab ins Bett und ich will kein Wort mehr hören. Aber Dennis war gestern auch bis fünf Uhr mit dem Gewerkschaftsboss beim Table Dance. Erstens ist Dennis acht und zweitens gehört ihm der Club. Und jetzt gute Nacht. Hallo, München. Machen wir was falsch? Johanna, hilf mir. Und der das? Sarah! Kein Online-Banking nach 22 Uhr. Vielleicht ist es ja nur eine Phase. Die wird wahnsinnig mit dem Kind. Ja, hier kann ich Ihnen noch zwei Gebrauchtwagen anbieten. Blau ist gerade die absolute Trendfarbe. Und hier haben wir einen Jahreswagen. Der kam gerade letzte Woche rein. Haben wir natürlich noch mal komplett generalüberholt, aber Sie sehen ja selber, der ist quasi wie vom Werk. Hat circa 4000 Kilometer gelaufen und ist, ähm, ja, also, da ist nichts dran. Sieht gut aus, oder? Mhm, macht einen guten Eindruck. Müsste man mal testen. Können wir uns da vielleicht mal reinsetzen? Natürlich. Bitte schön. Danke. Jetzt fahr nicht so dicht auf. Oh, ich fahr nicht so dicht auf. Ja, natürlich. Du klebst ihm doch schon fast an der Stoßstange. Bitte schön. Ja, Lars, da brauchst du jetzt gar nicht so genervt zu tun. Wenn die Kinder mit dem Auto dabei sind, dann musst du ja nicht jedes Mal so fahren wie ein Henker. Ich fahr überhaupt nicht wie ein Henker. Ich fahr ganz normal. Und niemand außer dir hat sich jemals über meine Fahrweise beschwert. Ja, weil deine bekloppten Freunde alle genauso rasen. Ach, meine bekloppten Freunde? Das ist ja sehr interessant. Ich hab billigstens Freunde. Ja, vielleicht mal andersrum? Sibylle, nun fahr doch eben an dem vorbei. Wir sind ja morgen noch unterwegs. Ich seh nicht, ob da einer kommt. Ist doch alles frei. Der vor und fährt doch schon extra rechts. Mir ist das nun mal zu unsicher. Lars, willst du fahren? Dann fahr ich rechts ran. Sonst halt jetzt bitte echt die Klappe. Mann. Ich kann's nicht mehr hören. Ich darf nie fahren. Nie. Höchstens mal, wenn wir eingeladen sind und der feine Herr will saufen, dann kann ja schön die doofe Sibylle fahren. Aber anstatt dich dann dankbar zu verkrümeln und die Klappe zu halten, flätst du dich breitbeinig dahin und bist die ganze Zeit um Klugscheißen. Das kostet mich an mich. Ja, ja, ja. Das war das letzte Mal. Das nächste Mal nimmst du ein Takti. Da kannst du Klugscheißen. So lellert. Und wenn du noch einmal den scheiß Pinguin anmachst, dann schmeiß ich ihn aus dem Fenster. Jetzt lass die Kinder in Ruhe. Ich denke, wir sind uns einig. Mhm. Das ist er. Das ist unser Wagen. Ja, super. Ich freue mich. Dann mache ich mal die Papiere fertig. Mhm. Willkommen. So, nach Herrn Rossi, ja. Bitteschön. Danke. Das ist wirklich das Allerletzte, Philipp. Weil ich ehrlich zu dir bin? Ehrlich? Ich glaube es ja wohl nicht. Du bist ehrlich zu mir. Das ist ja wohl der größte Witz überhaupt. Ist das deine Auffassung von Ehrlichkeit? Mich innerhalb eines Monats mit zwei Frauen zu betrügen? Geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Ja, es geht lauter. Du bist nicht ehrlich. Du bist ein mieser kleiner Ficker, Philipp Gut. Und du bist eine frigide Alkoholikerin. Du spielst dich hier nicht als Richter auf, Philipp. Du nicht. Das ist ganz toll, Johanna. Ja, wirklich. Ganz, ganz toll. Ja. Jedenfalls schön, dass es mal geklappt hat. Ja, das finde ich auch. Zum Wohne. Prost. Prost. Na und ihr? Was macht ihr Silvester?